Ruhe im Karton ist eine sehr optimistische Annahme für die erfolgenden Schritte. Aber klar ist, dass Griechenland geliefert hat. Wir werden uns über einige Details noch verständigen müssen. Ich gehe dazu aus, dass die Chancen gut stehen, dass wir heute Abend zu einer endgültigen, anvernehmlichen Lösung kommen. Ganz sicher bin ich meiner Sache aber nicht.